Heute zur neuen Folge des Notizblogs. Ich bin hier wieder Backstage am Theater und ich nehme euch jetzt mal direkt hinter die Bühne. Die Proben fangen gerade an und wir kämpfen uns durch die Akte. So, hier dieser Schlitz, den ihr da seht, das ist die LED-Wand. Und dahinter beginnt sofort die Bühne. Das lasst ihr nämlich eben dicht. Guten Tag. Ah ja, hier kann ich euch zeigen. Hier gibt es meine Revisiten, das Gummihuhn und der Hut und meine natürlich Flüstertüte. So, hier, das kennt ihr schon von Buddy. Das hier ist die Blackbox und da hängen hier die Kostüme. Hier Kellermann. Hier meine wunderschönen Kurzarmhänden. Damit sehe ich aus wie ein Autohausfachmann. Mein Stuhl. Ah ja, und hier noch was ganz Nettes. Das werde ich jetzt gleich mal ausprobieren. Das habe ich neu. Hier, das ist eine Kamera, die so klein und leicht ist, dass man die überall hinpinnen kann. Und da kann ich dann hoffentlich ganz coole Kamerawinkel mal erreichen. Aber das wird sich zeigen, wie gut die wirklich ist. Das werdet ihr hier sehen. Einen wunderschönen Serso. Hallo, das ist jetzt ein Test mit dieser kleinen neuen Kamera. Ich halte die jetzt genau eine Armlänge von mir weg, weil ich habe da keine Ahnung, wie groß der Winkel dieser Kamera ist oder wie krass der Zoom ist. Ich habe keine Ahnung, wie das Bild aussehen wird. Es ist eine Kamera. Es ist eine Mikro-Kamera. Es ist jetzt ein Mikro-Kamera. Aber ich weiß nicht, wie das Bild aussehen wird. Es ist eine Kamera. Ich sehe nur, wenn ich es heute Abend auf dem Computer ziehe. Also jetzt ist es registriert, damit du etwas sagen kannst. Ja, ja, ja. Das ist eine Kamera. Es ist wie ein Modell-Aerplaner oder was auch immer. So kannst du es montieren und dann fliegen und du hast noch Fotos. Hallo. Backstage gefilmt mit der kleinen Kamera. Wie sicher. Wir warten wieder darauf, dass es weiter geht. Aber wie wir alle wissen, ist in der Probenphase sowieso ganz viel Warten angesagt. Das gehört einfach dazu. Wir fangen jetzt tatsächlich mit dem zweiten Akt an. Also langsam geht's los. Es wird ernst. So, ich gehe jetzt und bin auf dem Weg zu einem Fototermin. Ja, Winnie guckt, das ist hier mein Test. Dieses kleine Spielzeug habe ich mir heute Morgen geholt. Ich weiß noch nicht, wie gut die Qualität ist und ob ich jetzt, wie gut das überhaupt ist. Aber ich teste es mal. Auf dem Weg zu einem Fototermin für den Stadtspiegel. Stadtspiegel in Oberhausen. Essen. Schadtspiegel essen, das ist für mich selber. Weil es ist ja meine Geburtsstadt. Oh, es ist warm. Oh, es ist halt warm. Und da, ne, hier sitzt unsere Cast. Ehrlich, es ist warm und hell. Und hier, dirty dancing. Dirty dancing. Ich habe gedacht, wir gehen nur 20 Meter da hin und ich ziehe das ein bisschen ran. Nach dem Ding. Völlig. Und hier. Und hier. Und hier. Ja. Ehrlich. So, das war der Fotoshoot für den Stadtspiegel Essen. Jetzt gibt es noch 20 Minuten Pause. Und dann geht es wieder weiter mit den Proben. Die Proben gehen jetzt gerade bis 10 Uhr abends. Also echt spät. Aber dafür kommen wir auch gut vorwärts. Und hier sind die Kollegen. Hier sind die Kollegen. Hallo. Ich liebe heute. Das war's. Ein langer Tag geht zu Ende. Und ich mache mich auch auf den Weg. Pack meine Sachen. Und hau auch nach Hause, um Schlaf zu kriegen. Um morgen früh wieder hier zu sein. Für die weiteren Pomy-Dirty-Dance. Also, alles Gute bis dahin. Ciao.